Wenn ich ein Gericht aus meinem Lieblingsrestaurant dabei hätte, dann wäre das, glaube ich, ein Hot Pot. Also es ist quasi heiße Suppe, in die man dann immer Ingredients reinmacht. Ich habe auch tatsächlich den Kassenbon von dem Restaurant hier noch, da war ich vor ein paar Tagen. Und das ist schon, glaube ich, eins meiner Lieblingsgerichte oder so Korean Barbecue, liebe ich auch.